Viele Männer, die sich einer Operation wegen einer gutartigen Prostata-Vergrößerung unterziehen, haben die große Sorge, nach der OP inkontinent zu werden. Warum die Befürchtung unbegründet ist, erfahren Sie in diesem Video. Mein Name ist Sonja Knipschild, ich bin Fachärztin für Urologie im Westdeutschen Prostatazentrum in der Klinik am Ring in Köln. Die Prostata liegt zwischen der Harnblase und dem äußeren Harnröhrenschließmuskel. Dieser ist maßgeblich für das Wasserhalten verantwortlich. Beim Wasserlassen kommt es zu einem Zusammenziehen der Blasenmuskulatur und einem Erschlaffen des Schließmuskels, sodass der Urin aus der Harnblase über die Harnröhre ausgeschieden werden kann. Kontinenz besteht, wenn der intakte Schließmuskel vor der Prostata bei Blasenfüllung ausreichend stark arbeitet, um die Blase verschlossen zu halten. Bei der gutartigen Prostatavergrößerung kommt es über Jahre zu einer Veränderung der Aktivität und des Zusammenspiels von Blasenmuskel und Schließmuskel. Aufgrund der zunehmenden Verengung der prostatischen Harnröhre muss der harnaustreibende Muskel stetig mehr Kraft aufwenden, um den Urin hindurchzupressen. Es kommt häufig zu einer Verdickung des Blasenmuskels, während der äußere Schließmuskel durch den zunehmenden Verschluss der Harnröhre, durch die Prostatavergrößerung chronisch entlastet wird. Wird nun eine Operation durchgeführt, welche in den meisten Fällen in einer Reduktion des überschüssigen Prostatagewebes innerhalb der Kapsel besteht, so ist nach der Operation ein neues Lernen des Zusammenspiels zwischen äußerem Schließmuskel und Blasenmuskel notwendig. Diese Neuanpassung kann sich, wie auch die Wundheilung innerhalb der Prostatakapsel, insbesondere auch bei sehr großen Drüsen, über mehrere Wochen nach der Operation hinziehen. Eine Zeit, in der die Patienten die Kontrolle über das Wasserhalten als unbefriedigend wahrnehmen können. Diese Situation ist jedoch nicht zu verwechseln mit Inkontinenz. Eine Inkontinenz tritt auf, wenn während der Operation der äußere Schließmuskel verletzt wird. Dies ist bei den etablierten Verfahren wie der klassischen Ausschälung und den verschiedenen Laserverfahren jedoch ein sehr seltenes Ereignis. Routinierte Operateure verfügen über ausreichend Erfahrung, den Schließmuskel während jedes einzelnen OP-Schrittes sicher zu identifizieren und zu schonen. Die Schonung des äußeren Harnröhrenschließmuskels genießt neben der Vermeidung von Blutungen oberste Priorität bei jedem OP-Verfahren der gutartigen Prostatavergrößerung. Wenn Sie mehr über den postoperativen Heilungsverlauf bei Operationen der gutartigen Prostatavergrößerung oder die verschiedenen OP-Techniken erfahren wollen, dann besuchen Sie uns gern im Westdeutschen Prostatazentrum in der Klinik am Ring in Köln. Wir freuen uns auf Sie!